Hallo Leute und heute gibt es wieder mal was anderes. Ich will euch was ganz interessantes zeigen. Ich hoffe ich bekomme es hin, weil ihr wisst ja wie das ist, der Show-Effekt und manchmal geht es dann trotzdem nicht. Ich habe jetzt da einen kleinen Versuch aufgebaut. Das ist eine Edelstahlplatte. Die liegt auf Minus und da habe ich die Elektrode. Das ist nichts anderes als die Plusseite mit einer spitzen Nadel. Und auf der Platte ist ein Tropfen Elektrolyt. Und jetzt versuche ich mal einen Lichtbogen herzustellen. Ich hoffe ich kriege es hin und dann schauen wir weiter. Es funktioniert und wie ihr seht, es dampft auch schön. Da passiert irgendetwas in der Flüssigkeit. Ich würde sagen, das ist eine Art Elektrolyse. Ich finde das ist eine interessante Sache. Was haltet ihr davon? Was glaubt ihr, was kann man mit der neuen Erkenntnis da alles anstellen? Wenn dir meine Videos gefallen, abonniere doch einfach meinen Kanal. Klicke einfach auf mein Bild rechts. Ach ja, vergiss nicht die Glocke zu aktivieren. Danke, bis zum nächsten Video.